Der Rosenmotorsumzug hier in Marburg, heute am 12. Februar 2018. Da qualmt es ein bisschen. Hier sehen wir den historischen Schlossbus aus Marburg. Da greifest du ein bisschen lauter. Kommt nicht weiter. Bleibt alle stehen hier. Hallo. Da ist ein bisschen nervig bei euch. Ja. Hallo. Hallo. Marburg, bleib. Geh Marburg. Der Karnevalzumzug heute am Rosenmotor. Geh Marburg. Es ist ein bisschen eng hier. Der Karnevalzumzug. Da ist ein bisschen eng hier. Darf ich dich nicht, aber auch nicht. Das war's. Der Karnevalzumzug. Da ist ein bisschen eng. Das war's. Der Karnevalzumzug. Der Karnevalzumzug. Ah, es kommt halbwegs weiter. Ja, jetzt kommt das Beste von Halb. Ah, hello, hello. Sind wir auf der Sparkasse? Like? Hello. Köln! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, man soll sich bereits in einer der Lieblingsberatung der ersten Stunde wie sie mit einem kleinen Laden haben, aber meine Lieblingsberatung ist, dass sie mit einem Schöpfer ansehen. Erdmännchen. Also wer hier noch friert, ist er noch schuld. Und wir haben heute Glück mit dem Wetter. Es ist sonnig. Super. Einfach super. Hello! Mamo, ich kanz und lach. Mamo, sie sind und lach. somebody I'll do my yo natürlich Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020